Musik Hallöchen, da sind wir wieder. Wie fange ich an? Ich habe es mir gar nicht überlegt. Energy Drink ist vor der Brust, wir haben irgendwann nachmittags und ich dachte mir, ich nehme eine Runde auf, nachdem ich gerade den Test für den ersten Stream beendet habe. Und, ähm, ja, jetzt mache ich noch ein paar Folgen, Knights of Pen and Paper, weil, boah, ey, wir spielen echt schon lange, ne? Wir haben eine Quest aktiv, ah ja, Stufe 43, aufgeben, ja, okay, aber das ist gar nicht schlimm, denn, äh, ach komm, wir gucken einfach mal, da reisen wir mal hin, äh, ähm, Hust, Überraschung, Überraschung, äh, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, das als Überraschung zu deklarieren. Bin wieder mal über Worte gestolpert, äh, wir können durch die Paywall, glaube ich, eigentlich, also, müsste, wenn ich mich nicht täusche, äh, Zahltag. Wir sind legendäre Helden und wir müssen durch dieses Tor. Das ist Sperrgebiet, aber wenn ihr dem Namen der Paywall zu Ehre gereicht, sozusagen, dann finden wir eine Lösung. Das heißt, du willst von uns Bestechungsgeld. Jep, ich bin total unterbezahlt. So läuft's, also schön, um wie viel Gold behaltet euer wertvolles Spielgold. Ich will echte Währung. Ich schreibe eine Zahl auf, wenn ihr die Summe bezahlt, machen die Wachen einen Spaziergang, während ihr euch hineinschleicht. Und wenn nicht, dann verstwindet. Lieber kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt. So, jetzt einen Schluck, ähm, Gluck, Gluck, Gluck. Ah, Schlürfkaufen. Freigeschaltet. Mensch, so einfach geht das, wenn man vorher bei Steam, äh, die Erweiterung kauft. Äh, verlassen. Jawohl. Ähm, können wir jetzt durch Quest erledigt. Wuhu. Okay, ja, ähm, mein Gedanke war einfach beim letzten Mal, äh, wir quälen uns mit, äh, Quests und Gegnern, die wir einfach irgendwie, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil ich zu schlecht bin, ähm, nicht schaffen. Und deswegen kommen wir jetzt durch die Paywall. Da, guck, alles, alles frei. Ähm, Quest Ankunft in Eddonien. Natürlich. Willkommen in Eddonien. Ähm, ändert mich irgendwie an DLC-Quest. Irgendwie, von, von, von der Begrifflichkeit her. Äh, okay. Und wie finden wir jetzt etwas über diese rätselhafte Explosion heraus, von der uns unser lieber Freund der Alchemist erzählt hat? Ähm, Hust. Sprechende Taube. Ich würde im Schloss von Eddonien anfangen. Alles klar. Wir reisen ins Schloss. Da gibt's zwei Untersuchungen und Stufe 30, das ist super. Oh, sieht cool aus. Ähm, hier können wir schlafen und untersuchen. Ja, sorry, mach ich als erstes jetzt. Zweimal Pling. Ja, zweimal Pling. Schade. Nochmal das Ganze. Vier. Insgesamt fünf. Schade. Was ist das? Energielager. Also ein Energydrink. So. Jetzt haben wir genug. Äh, Finger malen. Naja. Okay, wir haben Dinge bekommen. Äh, können wir die auch verkaufen? Äh, was ist das? Umhang der Tarnow. Okay. Ähm. Haben wir neue Rezepte dann? Origami-Schild. Scheint mir neu zu sein. Nicht wirklich, glaube ich. Äh, Quest. Wir... Äh, äh, nochmal. Hi. Wir sind legendäre Helden aus Paparos. Ausländische Invasoren, sagt ihr? Es ist unsere Pflicht, euch aufzuhalten. Nein, nein. Wir sind wegen der Explosion hier. Ihr wollt eine Explosion verursachen? Nehmt sie gefangen. Die Gruppe wird angesagt. Schön. Und Feuer. Ach, Mensch, die Wachen, die sind... ...zure Abwechslung mal wieder einfache... ...äh, halbwegs einfach der Gegner vielleicht. Wir sollen ja den Tag und den Abend und so... Ähm... Oh, ja. Oh, ja. So. Ninja Alte ist wieder voll. Schlitz. Und Ninja Alte... ...geht einfach mal hinten rum. Blöhm. So. Ähm... Hau drauf. Oh, das war nicht so... ...effektiv. Äh. Okay. So. Ne. Dämon nicht. Lebenstransfer auf ihn. Wenigstens ein bisschen. So. Und jetzt nochmal einmal schlitzen. Und dann sind wir durch. Blopp. Und noch einen Schluck. Energy Drink. So. Äh. That's it? Entschuldigt, die Verwirrung. Willkommen im Schloss von Erdonien. Schön, dass wir das geklärt haben. Meine Fresse. Vielleicht sollte ich einfach gar nicht mehr aufnehmen heute. Ich weiß nicht. Völlig durch den Wind. Äh. Nehmen wir Rauchbombe. Ja. So. Äh. Ich verkaufe mal ein bisschen. EP. Das weg. Äh. Bin mir nicht sicher. Ja. Weg. Den Umhang packen wir mal in den Tresor. Was wir da alles schon gesammelt haben. Dieses mehr oder minder einmalige Zeug. Ähm. Oh. Dofner. Natürlich. Äh. Machen wir mal eine Runde, ne? Müssten wir bestimmt gleich noch einen von Besien. Aber machen wir mal eine Runde. Dü, 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 dü. Äh. Autschen. So. Oh. Der ist schon verwirrt. Ich fürchte. Na gut. Na. Geht. Wenigstens etwas. War nur der falsche Gegner. Ähm. Lebenstransfer. Da ziehen wir doch einfach mal glatt allen was ab. Damit hätte man jetzt einen, einen unserer Leutchen direkt komplett hochheilen können. Das wäre, uh. Guck mal. Das lohnt sich gleich direkt für den Jäger. Ach du Schei. Ähm. Oh. 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 Alle tot. Naja. Zumindest einige. Ähm. Das bringt meist nichts, ne? Habe ich auch nicht gelevelt oder so. Blö. Blö. Wenigstens ein bisschen Energie für alle. So. Nochmal aktivieren. Oh. Gift, Schwäche, alles nicht gut. Äh. Ach. Verrückt. Oh nein. Ah. Ich dachte ich könnte jetzt mit Lebenstrans... Oh. Au. Äh. Piepels. Da bin ich gegen. Oh. Oh. Hm. Oh. So. Er war verwirrt. Natürlich. Klar. Ähm. Und ich hoffe... Au. Und zack. Oh shit. Oh shit. Au. Wenigstens keine kritischen Treffer. Ähm. Machen wir das. Pamm. Pamm. Jawoll. Ein Gegenschlag. Das war doch sehr passend. Der nächste. Ein Level Up. Was ist der Hexer jetzt? Wo steht's? 34. Äh. Wir bespüren den Dämon mal ein bisschen besser. Äh. Beziehungsweise wir machen den Dämon besser. Dann gehen wir erstmal schlummern und kümmern uns um Quests. Ich weiß. Dafür sind wir eigentlich hier. Sorry. Was haben wir noch für G? So. Ähm. Ach verdammt. Ach Mist. So. Äh. Kämpfen. Achso. Hä? Jetzt müssen wir nochmal gegen Dorf nahmen. Äh. Alles klar. Lang lebe König Klugian vom Haus Schuh. Boah. Das tut schon ein bisschen weh. Alles klar. Bezwinger der Drachen und Verteidiger von Edonien. König Klugian. Sag mir, Blumsli, ist es ein Wort? Was? Äh. Vielleicht. Eine äußerst weise Antwort. Ihr seid keine Narren. Wir haben uns gefragt, ob es hier in der Gegend vielleicht Drachen gibt. Bestimmt nicht. Drachen. Narren. Es gibt keine Drachen. Ich habe sie alle bezwungen. Ich bin der Bezwinger der Drachen. Narren, sagte ich. Äh. Sag ich. Oh, meine Nachmittagsvorführung beginnt. Wir sind gleich. Dorf nah. Wie kommt ihr wird angewürfen? Ach, es sind ja nur drei Menschen. Äh. Ja. Hallo. 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 Okay. Jetzt geht's los. Äh. Herpy derp. Zack. Einer darf schlagen. Ich hoffe, der schlägt nicht unseren... Ja, das ist super. Dann betäuben wir mal. Oder auch einfach mal nicht. Super. Au. Au. Oh. Wahnsinn. Ähm. Schlitz. Das war... Flott. Bringt das was? Nicht, wenn er... Nein. Nein hat nichts gemacht. Alles klar. Merkt bei uns. Äh. So. Und... Feuer frei. Perfekt. So kann man arbeiten. Du Siegertyp. Wir schlafen. Ein schöner Tag für ein Abenteuer. Jawohl. Tolle Vorführung, Burschen. Bravo. Äh. Schluss mit dieser Narre-Tai-Vater. Warum? Wieso? War doch aufregend. Drache ist süß. Prinzessin Iridia, königliche Tochter von König Klugian, übernimmt die Gesprächsführung. Der König ist etwas aus den Fugen geraten, seit meine Mutter, Königin Polly, an einem seltsamen Fieber gestorben ist. Also was führt euch nach Edonien? Wir sind wegen der Explosion hier und Drachen. Man hat uns Drachen versprochen. Ich weiß von keiner Explosion und hier gibt es keinen Drachen. Mein Vater hat Expandria von... Moment, heißt das nicht Edonien? Hat Edonien, sage ich jetzt einfach, von den Drachen befreit, als er den Drachenkönig bezwungen und den Thron erklommen hat. Die Drachen sind alle fort. Etwas anderes zu sagen ist Hochverrat und es verärgert den König. Wenn ich noch ein Wort von irgendwelchen Drachen höre, rollen eure Köpfe. Was glotzt ihr denn so? Äh, Dra, Dra, große rote Echse. Oh weh. Rar. So. Drachenaura. Was macht die? Zu Beginn. Upsala. Ich will erst lesen. Moment. Zu Beginn jeder Runde wird ein zufällig ausgewählter Zustand von einem Feind auf ein zufällig ausgewähltes Gruppenmitglied übertragen. Scheiße. Äh, tote Zone. Wiederbelebungseffekt. Oh. That's not nice. Äh. Oh, das wollte ich... Hallo, ich wollte sehen, wie viel... Achso, so geht das. Das geht ja noch. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Kein Zustand. Das ist schon mal gut. Autschen. Ach, geht alles. Äh... Äh... Ach, komm. Äh... Lebensstanz verbringt nicht viel. Pest. Ah, Dämon. Dämon ist immer gut. Düt-tü-tü-tü-tü-tü. Schön ist übrigens, dass man das Spiel einfach nur mit Maus spielen kann. Das ist ein Traum. So. Äh... Hey. Fang mal. Oh, Mist. Äh... Ich hoffe, der stirbt jetzt. Jawohl. Wird keinen Zustand bekommen. Das war übrigens ein Drache. Nein, große rote Echse. Handschuh der Stärke. Second, please. Erstmal heilen. Der frühe Vogel und so weiter. Handschuh, Handschuh, Handschuh. Deine Angriffe ignorieren Schaden. Nö, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Manne Frage. Nein. Oh, oh. Guck mal. Da haben wir was anderes. Was haben wir denn hier? Schaden, Bedrohung, alles plus eins. Minus kritisch, plus Bedrohung. Okay. Naja. Ne, Moment. Verbrauchsgegenstelle. Schade. Okay, Quest. Ihr habt euren ersten echten Drachen bekämpft. Seid ihr jetzt zufrieden? Drachen sind stärker als ich gedacht. Naja, nicht wirklich, ne? Ihr habt ja keine Ahnung. 16.000 Grum-OP und Level Up. King. Ähm. Dö, 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 dö. Machen wir dies. Mh, Quest. Da, Beutezug. Er beute von Monstern fallen gelassene Schätze und erhalte dabei 50% Mehrgold. Das finde ich gut. Die Moral von der Geschichte. Prinzessin Iridia sagt, das war ein Drache, aber Vater hat doch alle Drachen bezwungen. Hat jemand Drachen gesagt? Äh, nein, Vater. Geh dein Kreuzfahrt rätsel lesen. Oh, ich liebe Kreuzfahrt rätsel. Ein Drache? Wie kann das sein? Die Zauberin wird es wissen. Die Zauberin betritt den Raum in einer Rauchschwagel. Meine mystischen Sinne offenbaren, dass ihr im Stinkmoor einen Hinweis finden werdet. Klingt schammert. Ach ja, und sammelt bitte ein paar Moorzwiebeln. Ich brauche sie für ein ganz besonderes Rezept. Sammelt sechs Moorzwiebeln aus dem Stinkmoor. Reisen. Oh, drei Untersuchungen. Oh. Hinterhalte. Oh, was ist das denn für einer? In jedem Fall wird es sterben. Zack, weg. Hau ab. So. Schade. Jetzt darf er. Oh, knapp. Pling. Tod. So, wir sind im... Oh, wir haben schon eine Moorzwiebel. Äh. Kämpfen. Ehrlich? Ein Mobsbär. Mensch. Ein Angriffsbieber. Ah, okay. Machen wir ein paar Mobsbären. Moral check. Dude, 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 du, dude, du, dude. Sau. Okay, merk mal. Feierregen. Da werden erstmal alle so ein bisschen beschädigt. Dann nehmen wir Sberran. Ah. Lebensmacht das Sinn? Ach komm. So, dann ist der Krieger wenigstens wieder voll. Oh, die können sowas auch, Menschen. So, dann versuchen wir mal zu betäuben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, geschafft. Ach komm, wir greifen einen an. Noch ist es hier relativ entspannt. So, wieder Pfeilregen. Dürften zwei sterben. Einer, okay. Lebenstransfer auf den Eerscher. Und dann machen wir den platt. Oh, das war nett. Zack. Und zack. So. Nur zwacken Mordzwiebeln, das ist ja gemein irgendwie. Also noch eine Runde, aber erstmal kurz heilen. Und dann schauen wir mal ins Bestiarium. Da müssen wir auch nochmal reingucken. Jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt eine neue Seite haben. Oder wie das aussieht, genau. Mal gucken. Jo, klick. Das haben wir voll. Also auch voll. Haben wir auch voll. Da fehlen uns noch die größeren Banditen. Ja, wir kriegen, wir haben eine neue Seite auf jeden Fall. Doof, na. Ach ja, stimmt. Die beiden hatten wir schon. Die nicht. Aber da haben wir auch schon einige Prozent. Oh, Mensch. Ja, wir kämpfen. Machen wir nochmal eine Runde Mobsbären. Und dann machen wir ein paar Runden mehr. Einfach, weil wir was können. Und weil wir Mobsbären sowieso töten müssen. Und die anderen, diese komischen Angriffsbiber auch. Also, ein paar lassen wir uns noch über. Aber, ach so, Moment. Da. So, den hier. Und fertig. Ähm. Machen wir so. Hat nicht so ganz geklappt mit der Betäubung und so, ne. Äh. Oh, und Delmon. Also, streng genommen habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber okay. So, zack. Zack, sag ich. Und nochmal Feuer frei auf alle. Äh. Ja. Versuchen wir es nochmal. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Also, vier von fünf. Okay. Das war jetzt in Ordnung. Schade. Ich dachte, es gibt einen Gegenwurf. Das wäre natürlich... Moment. Ähm. Wir sind gerade auf acht. Dann ist der als nächstes dran von denen. Sehr gut. Noch einer kaputt. Äh. Dann ist jetzt dieser dort dran. Den kriegen wir aber nicht kaputt. Also heilen wir. Aber wir sind auch gerade bei... Ach so. Wir sind bei sieben. Okay. Ähm. Jetzt sind wir bei acht. Ah, falsch. Ich wollte eigentlich... Ja, okay. Egal. Ich wollte eigentlich schlitzen. Aber nur... Das war jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020